Willkommen zurück zu einer Vinylrunde Let's Play Batman Arkham Knight. Wir haben die Hauptmission durch die Hauptstory und ich bin jetzt dabei die Ordnung wieder herzustellen, um dann das Nightfall Protokoll zu initiieren. Wir haben schon genug, also wir könnten es jetzt sofort initiieren, aber wir wissen ja jetzt seit neuestem, dass Deathstroke jetzt der Anführer der Miliz ist und den würde ich gerne noch einknasten. Zudem würde ich gerne noch die Feuerwehrmänner hier mitnehmen und die Sprengsätze, dazu natürlich hier die Türme und die Checkpoints. Und wenn wir das alles haben, dann kann ich mir überlegen, ob ich noch Riddler mitnehme. Dann wird es ein 100% Let's Play. Ich glaube es eher nicht, aber es könnte durchaus passieren, weil man nicht mehr in das Spiel rein kann, also in den Spielstand, nachdem man das Nightfall Protokoll aktiviert hat. Von dem her kann es ganz gut sein, dass es dann, dass ich es dann noch mitnehme, einfach um es euch zu zeigen. Und ja, dann schauen wir mal, wie lange das jetzt noch geht. Das kann dann recht schnell rum sein, kann aber auch noch ein bisschen dauern. Ach, da ist noch ein Turm, wo wir gerade auf dem Weg sind. Acht bewaffnete Gegner. Ich muss mal irgendwo nach oben, sonst habe ich gar keine Chance gegen die. Ist hier oben irgendjemand? Nein. Trümlich nur die Serpent Drohne. Nur zur Sicherheit. ist noch zu weit weg. Ach, die ist da drüben. Na gut, ich glaube nicht, dass die eine Gefahr für uns ist. Hoffe ich zumindest mal, dass die nicht herkommt. Und dann schauen wir mal, ich habe bis jetzt schon zwei Digmapse gesehen, also ich glaube, das könnte ein bisschen länger dauern hier. Aber wir haben ja Zeit jetzt, da Scarecrow gestellt ist und es allen anderen soweit ganz gut geht. Ja, und ich habe jetzt geskillt, dass die jetzt 120 Sekunden, also zwei Minuten, doppelt so lang ausgeschaltet sind. Einfach nur, weil es dann eindeutig praktischer ist. Hallo? Ah. Moment. Oh ja, Digmops nochmal. Moment. Und dann kriege ich vielleicht sogar beide. Wenn der jetzt herkommt und der andere auch wieder reinläuft. Aha. Ich bringe den Kerl wieder auf die Beine. Wo? Hier drüben. Ich bringe den Kerl wieder nach oben. Upsi. Bin ich auszusehen runtergeflattert. Wollte ich gar nicht. Auf jeden Fall schon mal einen Dicken weniger. Das ist ganz viel wert. Oh. Kann man die eigentlich auch ausschalten, indem man drauf fliegt. Ja, so schon mal nicht, aber nur allgemein jetzt so. Ich bin nicht der Arkham Knight. Das ist nicht persönlich und ich ziehe nach einem Rückschlag nicht den Schwanz ein. Ich bringe das zu Ende, bevor der Morgen dämmert. Ach so. Hallo Freundchen. Wo kommst du denn? Oh. Digmops. Achtung. Ich schalte mal gleich wieder aus. Hier ist sonst niemand. Du bist ein Jäger, Batman. Ein Guerilla. Du bist gut, aber das ist eine andere Art von Krieg. Konter 1. Konter 2. Konter 3. Konter 4. Ein Digmops weniger. Schnell weg. Ach was. Die ganz schlauen Herren. Ich würde gerne nochmal ein kleines bisschen nach oben. Die ist ja eh zu weit weg. Ach, da ist noch ein Tickerchen. Wir haben hier vier Tickerchen auf dem Dach. Upsi. Das ist nicht gerade wenig. Wie viele sind es denn insgesamt noch? Fünf glaube ich. Bin mir da mal nicht ganz sicher. Ich muss irgendwo nach unten und dann kann ich das nachschauen. So, mein Freundchen. Hallo. Ja, ja. Meint ihr? Ich habe jahrelanges Training, meine Freunde. So, jetzt noch vier. Schnell weg hier. Was zum Teufel? Ihr Rüben ist ein Verletzter. Ich tue, was stehst du da so rum? Gib uns Denk oben. Musst aufhaken. Batman hat unseren Minigun-Schützen ausgeschaltet. Was haben wir jetzt noch für Chancen? Ähm, ich habe noch einen. Vielleicht ist Batman verletzt. Ich hoffe, du hast recht. Ich habe ihn. Batman, meine Position. Da ist noch einer. Das sind die schwulen Deppen mit ihren Tarnanzügen. Die sind richtig hässlich. Ich habe ihn. Batman, meine Position. Batman, meine Position. Hä? Meine liebe Freunde. Da müsst ihr früh aufstehen. Die zwei Tarnanzüge-Kollegen. Wie hat er uns jetzt gesehen? Lol. Lack hier. Also, das sind zwei Tarnanzugs-Fuzzis. Da unten. Und dazu der Tick-Mobs. Hallo. Was nervt, ist, dass das Ausschalten zu lang dauert. Wo sind die Deppen denn? Ach, da oben. Einer ist da oben. Geht weg. Er setzt Raum ein. Wird er es schaffen? Gute Idee. Batman hat unsere Minigun-Schützen ausgeschafft. Den Typen hat es ganz schön erwischt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir die Nächsten. Haha, hallo Freundchen. Da hier bin ich. Hallo. Hallo. Ich troll ihn. Hallo. Ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe nur den einen gesehen. Den anderen habe ich gar nicht gesehen. Hi, wir haben es geschafft. Vier mal Minigun-Schütze. Zweimal Tarnanzug-Pfuzzi und zwei normale, glaube ich. Die Bilanz von dem hier. Jawohl. Ein Wachtturm weniger Deathstroke. Der Miliz knipsen wir förmlich das Licht aus. Du bist eine Ein-Mann-Truppe, Batman. Weißt du, was wir sind? Eine echte Armee. Tja. Irgendwann bist du auch nur noch eine Ein-Mann-Armee. Und dann gibt es Ein-Mann-Armee gegen Ein-Mann-Armee. So, jetzt zum Feuerwehrmann, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, Alfred, ich weiß, danke. Ich glaube, ich hätte auch das Zeug für die Armee gehabt. Wo ist er denn, der Feuerwehrmann? Ach, jetzt auf einmal da oben. Hä? Bist du nicht von hier? Ich? Hey, ich komme aus Bloodhaven. Bist doch dasselbe. Geh du nur in eine Kneipe im Bloodhaven und sag das nochmal. Oh. Da drüben ist wohl der Feuerwehrmann. Ich glaube, ich habe vorhin Batman gesehen. Sah aber haariger als sonst aus. Hallo, Freunde. Das ist jetzt genug, du Pisser. Rücher Weg. Das war einfach. Nicht. Oh, oh. So, meine lieben Leute. Drei so dick, man hat sich das nervt. Ja, meine Freunde. Baseballschläger tut weh. Ach so, kann ich nicht. Wusste ich nicht. Ups. Falsche. Tasche. Ich bin leicht verrutscht. Wie du holst dir eine Knarre? Einen Scheiß machst du. Lässt du wohl die Waffe liegen? Freundchen. Die drei da noch. So, schauen wir mal, ob wir die ausschalten können, ohne dass sie mich in Ruhe... Ah ja. Großer Fehler, mein Freundchen. Das macht es mir erheblich einfach, dich auch noch kaputt zu machen. Badoof. Sehr schön. Herr Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Wilson. Wilson. Batman. Gott, du bist es wirklich. Sie müssen ruhig bleiben und sich konzentrieren. Firefly war der Brandstifter, den ihre Einheit die letzten Wochen gesucht hat. Firefly? Sicher? Ich kenne den Polizeibericht nicht, aber es gab vermutlich kein Anzeichen für gewaltsames Eindringen. Die neuesten Alarmsysteme, automatische Reaktion, es wurde alles ausgeschaltet. Wer es auch war, er war uns immer ein Schritt voraus. Hat sogar den Chief erschreckt. Hast du ihn gefunden? Keine Sorge, ich finde den Chief. Ein GCPD-Officer ist auf dem Weg, um sie abzuholen. Haben wir den nicht schon den Chief? Ich glaube sogar, dass wir den schon gerettet haben. Es bleiben noch vier Feuerwehrmänner übrig, so wie es aussieht. Wir haben zwei Punkte. Können wir hier reinschauen. Das mache ich viel zu wenig hier. Auch wenn ich es nie benutze, dass die Rauchpumpe länger dauert. Das ist schon mal sinnvoll. Wir schauen mal, was wir jetzt machen können. Ich gucke mal, ob ich da oben weiterkomme. Ob ich den Checkpoint da kaputt bekomme, ich weiß es nicht. Ich kümmere mich um den Miliz-Checkpoint im Norden von Founders Island. Das ist meine Stadt und ich werde sie mir Straße um Straße zurückholen. Viel Erfolg, Master Bruce. Fettmobil. Ah, da kommt sie ja. Hallo. Wie? Wie, ihr schießt auf mich? Hallo? Ich glaube, es hackt. Wir rollen mal ganz sachte. Scheiß, Mine. Kann ich die nicht deaktivieren? Wie kann ich die dann sabotieren? So eher nicht, wahrscheinlich. Hacken kann ich die auch nicht, die Dinger. Ach was. Sag los. Das ist gar nicht der mit den Geschützen drin. Dann ist gut. Jetzt wo ich weiß, dass Brucey-Brüder hinter steckt, wird es noch erfreulicher sein, die Fledermuss zu schlagen. Bist du dir da sicher, mein Freundchen? Ich wäre mir da nicht so sicher an deiner Stelle. Ich würde aber gern wissen, wer denn da so drin sitzt. Hallo? Und kisch dir ab in die Menge. Sehr schön. Boom, boom, badum. Herrlich. Einmal angekratzt, ansonsten gar nichts. Aber das da kann ich irgendwie nicht sabotieren, glaube ich. Ich weiß zumindest nicht wie. Muss ich mich auch mal erkundigen. Wir schalten erstmal den Checkpoint hier aus. Sehr schön. Deathstrokes macht Schmilz dahin. Seine Miliz wird immer kleiner und irgendwann ist aus die Maus. Sei froh, dass diese Männer nicht von mir ausgewildet wurden. Sonst müsstest du gegen echte Soldaten antreten. Ja, 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 ja. Deathstroke. Sei einfach ruhig. Äh, was willst du hier, du Vogel? So, aus die Maus, meine Freunde. Sonst noch was? Sonst noch jemand? Ja, Tatsache. Die hauen alle ab. Gut, lassen wir sie abhauen. Und gehen zum nächsten Checkpoint. An der Perdition Bridge befindet sich ein Miliz-Checkpoint. Sie müssen den Zugang zwischen den Inseln aufrechterhalten. Geben Sie kein Pardon. Kein Pardon, meine Freunde. Gut. Dann legen wir mal los. Da war mal ein Sprengsatz drin. So wie es aussieht. Oh. Ach, da drin. Was ist der mit den komischen Geschützen? Dann mag ich da nämlich eigentlich nicht rein. Boah, das nervt, wenn ich zu weit weg bin. Das ist aber auch voll... ...komisch zu schätzen. Ich glaube, ich muss hier erst mal Strom drauf geben. Wir hätten nach dem Angriff auf das GCP-D verschwinden sollen. Das wäre das Beste gewesen. Hoi. Und eine Ridlet-Trophäe gefunden. Die würde ich jetzt auch mitnehmen, wenn ich so vorbeikomme. Stillgelegter Wasserweg, den Entwurf haben wir bekommen. Ich würde gerne erst mal schauen. Von oben da reinschauen. Wie es denn da drin aussieht. Was da alles drin ist. Und gut. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert. Das ist total scheiße. Und die kann ich auch nicht bestimmen. Sind in Sizer manipulieren die Freunde leider. Ich kann keinen Befehl geben, ohne ein Ziel ausgewählt zu haben. Ich kann aber gar keins auswählen. Das ist das Problem. Ähm. Das ist das... ...blöde. Also ich kann das eine Geschütz ganz, ganz kurz ausschalten. ...mit dem EMP. Aber das hält nicht lang. Das ist das Problem. Und jetzt habe ich auch keine Energie mehr, ein EMP einzusetzen. Das war sehr schlau. Das ist ein echtes Problem, das olle Kacke-Geschütz. Anfällig für das 60mm-Geschütz. Ja, das bringt mir rein gar nichts. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen hier aus der Maul-Rante. Aber er war nicht mehr der Neid, sondern ein Verlag. Kann ich das so irgendwie deaktieren? Der Kacke-Geschütz ist hier! Nein, aber ich kann hinter dem kämpfen. Sodass es mich nicht trifft. Ja, Mann. Wir haben es geschafft. Musik-Chef da oben. Und dann fahren wir hier rein, machen die Scheißdinge kaputt und dann ist ich vorbei. Dann ist wieder ein Checkpoint weniger. Es gibt noch viele Männer da draußen, die dich töten wollen. Haha, das kann sich nicht mehr wehren, das Geschütz. Voll Böse. Aus die Maus. Sehr schön. Und da ist auch um die Ecke wohl gleich der Nächste. An der Perdition Bridge befindet sich ein Miliz-Checkpoint. Sie müssen den Zugang zwischen den Inseln aufrechterhalten. Geben Sie kein Pardon. Ach, hier ist noch einer. Du lieber Himmel. Ähm, hallo? Sonst noch wer? Lasst mich doch mal in Ruhe arbeiten. Hätte ich gewusst, dass es vorhin ist, hätte ich nie mitgemacht. Mit jemandem, der so reich ist, legt man sich besser nicht an. Die Pläne Maut! Ähm, haben die mich jetzt gesehen, die Pfeifen? Keine Ahnung. Ja, rein theoretisch schon die Fledermaus, aber... Hallo! Mit den Dickmops kann ich gar nicht. Ich schnall dich gleich ab! Ich zerquetsche dich! Ach, so muss ich denn. Ah, so, so und dann so. Okay, gut. Jetzt weiß ich das auch, wie ich mit den Elektromuskul-Kotzen umgehe. Badum, Badum, kaputt. So, da hinten sind noch zwei. Ich muss mir erst mal Zugang verschaffen. Hallo? Ach was. Sag bloß. Badum, sehr schön. Waren das alle? Ja, und da ist der Capitano. Sehr schön. Wieder ein Checkpointchen weniger. Wir radikalisieren hier alles von der Map runter. Sehr schön. Sind es noch zwei auf Peak Island? Ruhe Gewalt hilft vielleicht gegen Amateure, Badum. Bist du bereit ist, mit deinem Krieger aufzunehmen? Da kommt doch her. Traust dich doch eh nicht. Schon wieder drei Punkte. Na 65 EP. Erfahrungspünktchen. Dann haben wir einen Stufenaufstieg. Dann bekommen wir wieder... ...einen. Neben dem Uhrenturm befindet sich ein Elites-Checkpoint. Nicht mehr lange. Ja, ja. Wir... ...räumen alles auf. Was geht? Äh, richtig. Weg hier, sonst kriegt er uns keine Chance. Hey. Freunde. So, kleiden wir mal ganz... ...sanft ums Eck. Hier ist halt so einer. Upsi. Ganz schön prätentiös, wenn du mich fragst. Voll böse, wenn man hier gerade aus reinhüpft. Wachgeschilte sind online. Der kommt nicht mal in die Nähe dieses Autos. Wir schalten ihn aus. Der Uhrenturm ist eine seiner Basen. Früh oder später kommt er hier vorbei. Richtig. Ich... ...üpsi. ...üpsi. Er hat hier eine Schusswaffe. Das ist nicht gut. Schusswaffen sind... ...nicht gut. Jetzt muss ich aufpassen. Hallo. Machen wir wieder schnell. Danke. Okay. Okay. Ich zerquetsche dich. Mann. Das könnte schwierig werden, weil hier so viele Sonderfuzzis wieder sind. Da hinten ist irgendwo einer mit Schusswaffe. Den muss ich gleich als allererstes Mal... ...auf die Fresse geben. Mann. Das überlebe ich nicht. Da müsste schon viel passieren. Dass ich das nicht überlebe. Also dass ich das überlebe, dass ich das hier noch schaffe. Da muss ich mehr mit... ...der Umgebung kämpfen. Schlauer kämpfen. Strategisch schlauer. Ja. Genau. Ich muss das strategisch ein bisschen besser angehen. Das war wieder... ...nicht geguckt, was für Gegner. Es war eine lange Rivalität. Aber nur so konnte sie enden. Ruhel Deathstroke. Wir sehen uns noch. Gleich nach dem Ladebildschirm. Den wir glücklicherweise haben. Sonst wären wir wieder ganz am Anfang. Das wäre nicht so toll. Und dann schauen wir mal. Ob wir das jetzt hinkriegen, hoffe ich doch mal. Hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben schon ordentlich aufgeräumt. Wir haben noch mehr Informationen bekommen. Zum nächsten Feuerwehrmann. Da können wir dann auch gleich noch hindüsen. So. Jetzt nutze ich hier mal alles aus. Unterbrecher. Wir brauchen den Neid zurück. Er könnte uns helfen. Die Schusswaffe. Und zwar doppelt. Jetzt ist sonst noch irgendwas... Ich kann das erst sabotieren, wenn ich die Verbesserung für den Unterbrecher habe. Schade. Die Sanitäter-Dinger können wir deaktivieren. Da ist doch noch einer. Der hält seine Waffe so komisch hinterm Körper. So geht's besser. Was haben wir denn noch? Was können wir noch entsetzen? Können wir irgendjemand manipulieren? Ich hatte da ein paar Jobs in Hasaragua mit so einem Typen am... Kann ich den anspringen mit Schild? Ich bin mir nicht sicher. Ich springe einfach mal den normalen an. Los geht's. Dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Nein. 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 jetzt läuft es wesentlich besser. Ja, das wird eine wesentlich entspanntere Runde, glaube ich. Wird aber immer noch spannend genug. Boah, die mit ihren schwulen Schockstäben, du. Ist jetzt mal K.O.? Nein, natürlich nicht. Jetzt muss ich aufpassen. Zwei Dixmapse, zwei mit Schild, ein Normalo, eine mit Elektrostab. Nein, jetzt wird es nochmal. Das wird verdammt eng. Ich stehe jetzt mal down. Ein Normalo, eine mit Schild, ein Dixmops. Boah, Batman. Nein. Scheiße. Wie knapp. Dabei haben wir es fast geschafft. Tatsächlich. Es war eine lange Rivalität. Aber nur so konnte sie enden. Wir hatten es fast. Hui. Also, auf ein neues, noch ein Versuch. Und wir nutzen diesmal nochmal alles aus, natürlich. Die eine Waffe wieder doppelt. Die andere einfach. Nein, das war wohl eher der Man-Bad, glaube ich. Kann ich vielleicht. Oh, ho, 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 meine Freunde. Oh ja, die beiden mit Schild waren nicht weg. Und den Sanitäter? Jawohl. Herrlich. Die Waffe von dem mit Doppelsabotage ist auch schon kaputt. Das habe ich kommen sehen. Das ist aus, du, Frieden. Leichtig. Missed. Oh, pepum. Komm, 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 komm Ach, er geht sich wieder einen Typen holen Soll mir recht sein Und jetzt noch er und dann haben wir es geschafft Diese Runde war absolut genial gut Man muss sich auch mal selber loben Im dritten Versuch Hat zwar ein bisschen gedauert, aber dann Hat es doch funktioniert Die Wachgeschütze noch auseinander nehmen Tatsache Jokers Funland, das wäre doch was So, wo ist El Capitano Der Kommandant liegt da hinten So Da haben wir es doch Sehr schön Und damit noch ein einziger Checkpoint auf Naja, von mir aus Fünf Punkte Größerer Wirkungsradius bei der Rauchbombe Bin ich dabei Und der, der unseren Detektivmodus stört Das können wir auch deaktivieren Das nehme ich mit Sehr schön Bald können wir fast alles Unterbinden Und sabotieren Wir suchen den nächsten Feuerwehrmann Bin unterwegs Batmobile on the way Moment Aha Hey Freundchen, bleib mal da Ich hätte gerne ein paar Riddler Informationen Wie wäre es Freundchen Gut Gut Kopfstoß Hallo Freunde Was wollt ihr denn hier Ach gleich Zwei Autos Wo ist das Das ist ein bisschen schwierig Weil das hier so am Hang ist Der rennt gegen sein Auto Und der da unten rennt weg Wo auch immer jetzt Ah, da unten ist er ja Warte doch mal auf mich Babum Sehr nice So Feuerwehrmann Ich lasse mich schon wieder ablenken Aber falls wir die Riddler Sachen machen Dann wäre es ganz gut Wenn wir ein paar Rätselstandorte haben Das war echt mutig Wie der Alte dich gerettet hat Jaja, das hat mir ja fast ein Tränchen in die Augen getrieben Schade, dass es umsonst war Bitte Ihr müsst das doch nicht tun Oh, aber das müssen wir Oh Ist ja nicht so, als ob wir dir einen Grund sagen könnten Menschen hätten gerne einen Aber wir haben leider keinen Ich habe viele verbrügend Und die meisten Nein, alle haben nach einem Grund gefragt Manchmal gibt es einfach keinen So wie jetzt Es gibt keinen Grund Du wirst schnell Müsst du irgendwie außenrum oder so Auf jeden Fall Schnell darüber Und den Feuerwehrmann retten Früher dachte ich mal Dent wäre die Fläge draußen Damals als Dent noch gut aussah How are we denn Alias Two-Face Die Frage ist Wie kommen wir nach Da hinten Ähm, Freunde Lass du mich mal anruhen Das nimmt ein bisschen Überhand in letzter Zeit Nein, ich lasse ihn in Ruhe So, ich lasse ihn in Ruhe Das schütze nix Wir retten den armen Feuerwehrmann Aber wir sind da mit dem EMP Drauf Aber wir haben den Momentan gerade nicht aufgeladen Deswegen geht es schlecht Hier nach oben Ja, aber da komme ich doch Gar nicht durch Zu denen Ähm, ich komme da noch gar nicht hoch Ich würde sagen Wir suchen im nächsten Part weiter Bis dahin Ciao Leute Diese Stadt